jetzt dann brauche ich repeater vielleicht wenn ich pech habe fangen wir hier oben an erst mal sichern okay ah hier unten ist es auch und hier war das sind schöne bilder hat schöne bilder dieses ressourcenpaket okay eigentlich machen wir das noch so okay ich mache den knopf hierhin wenn ich den knopf hierhin mache ich brauche ihn sowieso zweimal für außen auch noch da für innen meine ich dann kommt hier der stein und okay der kommt dahin stein ja wie mache ich das von hier aus von hier aus könnte ich das von hier machen von hier und dann gehe ich hier irgendwie so runter und ich machen hierhin und geht da runter das würde auch gehen allerdings habe ich der treppe das wäre ein bisschen blöd ich glaube ich gehe hier rechts runter und ich kann hier aber nicht nach rechts runter sondern erst ab da oder ist auch nicht schlimm das ist nicht schlimm so wie kommt der redstone hin und geht dann hier runter so hier sowieso schon mal dass dann geht der redstone von dort oben hier runter hierher das ist das ist das erde und hier ist genau hier ist der knopf dann folgt das einfach hier das ist nicht gut na gut wobei eigentlich eigentlich könnte ich das jetzt mal kurz offen lassen habe ich hier was zum durchgehen ja ich mal schnell den da rein damit ich da so durchgehen kann ja dann muss ich da irgendwie drunter sprich ich müsste hier entlang ok wo ist denn der jetzt da drüben könnte ich das könnte ich von da aus machen das müsste klappen das müsste sogar so klappen dann mache ich so dann haue ich hier jetzt eine redstone fackel hin genau und hier haue ich den redstone hin ähm wo ich erstmal schauen muss so wo nein ich bin sogar geflogen habt ihr das gesehen verdammter creeper jetzt muss ich nachschauen wie das war ne ich weiß es sogar wie es war ich weiß hier war das kleine und hier war ein großes genau fertig das hier sieht auch richtig geil aus ähm ach genau ich wollte nachsehen ob es leuchtet es leuchtet das heißt es macht das nicht aus das heißt ich müsste das da machen aber hier ist der boden das geht nicht gut das heißt ich müsste das anders machen ähm das müsste ich eigentlich schon hier machen äh außer ich haue den weg machen wir mal den da weg wenn ich den weg haue dann müsste es klappen so mal sehen okay ich hole hier den strom nicht ab äh das ist ein bisschen blöd vor allem weil ich jetzt nicht mehr aber doch manchmal ich komme so hin wieso hole ich hier den strom denn ich ah problem erkannt ähm ich muss hier eins rüber das heißt ich muss hier das ding ja auch noch weg machen und das war jetzt nicht so gewollt stein machen wir das einfach so ich habe den da auch noch schnell weg da machen wir das so okay fertig so dann wird hier unten jetzt noch schnell licht gemacht so hier wird dicht gemacht da wird dicht gemacht oder auch nicht ähm ach genau weil der stein äh die facke hat im stein gg ist aufgegeben der dem ist aufgegeben dadurch wurde der stein drunter saft gegeben und die wurde ausgeschaltet ähm ja teufelskreis gemacht so oh ne scheiße das geht aber nicht weil ich muss hier wieder einen stein hinsetzen verdammt das geht nicht so können wir das nicht machen dann müsste ich tatsächlich eins weiter hinter aber das das geht glaube ich auch nicht also ich kann in diese richtung weiter okay das scheint zu gehen ja aber auch ganz knapp nur so dann muss ich hier wieder die facke ransetzen verdammt so jetzt geht das aber nicht mehr okay machen wir es anders so den haben wir auch schnell weg nein verdammt das ist eine treppe verdammt jetzt komme ich auch nicht mehr hoch eine fledermaus ähm okay ich arbeite hier in zu beengten räumen das ist nicht toll ähm okay aber ich könnte dorthin würde mir das was bringen könnte ich da auch hin da könnte ich hin und da könnte ich hin okay ähm dass es vielleicht jetzt so geht dann hau ich jetzt hier schnell einen bruchstein hin dann mache ich mir hier schnell frei damit ich da hin komme dann kann ich nämlich hier die redstone fackel hände hauen nein jetzt habe ich keine fackeln mehr ich habe keinen redstone mehr äh oh oh verdammt ja und jetzt ja und jetzt ja fast jetzt kommt das auf einmal her keine ahnung äh redstone so alles was jetzt noch fehlt ist das das so mal sehen okay jetzt kann ich wieder dicht machen oh da ist ja noch eine redstone der hätte mir gefehlt den hätte ich fast übersehen da unten der hier gehört noch dicht ähm so hier dicht und dann kommt da stein her genau oh hier gehört aber auch stein her dann haben wir jetzt schnell hier die treppe hin so dann hier stein und hier stein dann kann hier noch der hin während hier jetzt aber das hin muss und das hier noch und das noch okay dann ist hier dicht und das funktioniert noch und hier können wir auch noch ein bisschen bruchstein reinhauen das das ist eigentlich alles so wie es sein soll ähm hier darf nicht mehr und dann dicht ja passt okay okay dann schnell das zeug weg was wir jetzt äh zusätzlich noch gerade bekommen haben das passt aber so schnell reparieren ja geht okay redstone verstärker den behalte ich mal da obwohl ich glaube eigentlich nicht dass wir den brauchen werden haben wir ihn weg so dann machen wir jetzt da drüben die geheimgänge schauen ob hier auch keine monster sind machen wir erst einmal den hier bei der hier geht viel viel schöner okay ist das genau beim licht ein creeper das hier können ja monster spawnen das ist wahrscheinlich irgendwo gespawnt oder da und dann da rein gelaufen so ich will das von hier aus machen und dafür brauche ich jetzt neue knöpfe den einen möchte ich glaube ich tatsächlich hier hinhauen und den anderen ich weiß nicht eigentlich wäre ideal wenn er irgendwo da wäre ähm hier kann ich ja nicht das heißt ich müssten da oder dahin hauen aber hier würde er den strom abgleich äh denen da den strom geben vermutlich und hier brauche ich ihn dann für das dann noch ähm ich kann nur den beiden hier machen ich glaube ich bin dahin vielleicht ist sogar äh ne ich ich weiß nicht jetzt machen wir erstmal das eine so den strom holen wir uns von da oben und über unten gehen wir da rüber das heißt ich geh mal dort hinter so von hier hole ich mir den strom und geh dann da rüber ähm hier ist eigentlich noch eine mauer das heißt ich könnte da runter gehen und mir hier einen schacht graben der dann was weiß ich da hinten wieder nach oben geht ähm so also wenn hier hier ist dann ding das heißt hier ist stein zack zack dann kann ich ab hier nach oben gehen mach ich auch mal oh aber das geht nicht das ist ein bisschen blöd dann halt in diese richtung vielleicht sollte ich mal kurz ähm ähm die klebrigen kolben platzieren so okay wenn ich da nach oben gehe ich muss den da tatsächlich erstmal weghauen ähm dann wäre das so könnte ich hier noch einen rein ja tatsache dann habe ich hier nämlich noch nein geht nicht ähm ja perfekt äh so dann machen wir das folgendermaßen nämlich so und hau dann hier aber ein ding rein jetzt muss ich nur noch wissen wo war jetzt nochmal hier der stein der war ähm 1 2 und zwar hier das heißt ich muss zwei nach vorne und das das müsste irgendwo hier sein oh ich glaube das hier ist es ist es neben der truhe ja tatsache na gut dann machen wir das wieder zu jetzt müsste ich da wie komme ich denn da jetzt am besten hoch okay das ist jetzt nicht so gut ähm hä Moment mal ach weil ich die Decke weggemacht habe okay hm okay den da kann ich nicht weg machen das heißt ich komme da so wie gar nicht hin ich müsste also hier hin machen ja ja ich wollte eigentlich den hier weg machen aber verdammt wenn ich den hier auch nicht weg machen kann kann ich den da weg machen ja geil ähm der hier aber da müsste ich da drunter das geht auch nicht außerdem ich gehe da weiter hinter könnte ich denn da nach oben ja das geht okay dann machen wir das ähm so ich hoffe das funktioniert sobald ich hier jetzt machen wir erstmal noch schnell hier oben alles dicht was dicht wir gehen kann ähm das hier zum beispiel kann komplett nein kann nicht komplett werden da gehe ich ja runter bin ich blöd ähm hier kann komplett dicht gemacht werden äh aber auch nicht komplett okay ähm der hier muss dicht gemacht werden so jetzt haben wir das schon mal so jetzt wäre tatsächlich ein repeat moment mal äh das habe ich vergessen nämlich nämlich dass die hier von Haus aus Strom brauchen werden hm wie mache ich das jetzt am besten ist das 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 ist